So, noch mal ein kleines neues Völkchen gestartet, sonst wird es ziemlich arg zu lange. Du hast Urlaub! Wie kannst du da müde sein? So, na denn, machen wir weiter mit dieser Mission hier. Also ich kann nicht hinter dir gleich hinterher gehen, weißt du, ich muss erstmal warten bis das Tor schließt und dann wieder aufmachen. So, na dann, warte, 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 alter Mann ist nicht so schnell. Ein Gürtel, ich bin noch nicht drin. Das war irgendwie nur, keine Ahnung. Jetzt. Unser Pluck. Nun. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So. 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 heißt schütze weiße da steht ja sie nicht ich versuche mich ein bisschen rein wenn ich an der anderen Seite rankomme der Schauschütze geht mir auf den Sack da gerade den kriege ich nicht jetzt hat er mich herzhaft der präzise der aber vor allen Dingen auch ist so okay 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 ich komme wieder zurück so da bin ich wieder jetzt muss ich mich wieder da hinten auf die hecke durchschlagen gucken ob ich da hinten dran komme wie gesagt jetzt ist der dreck scharfschütze der hat mich gerade ziemlich genervt der ist präzise der typ ne kann man nicht da hinten gefahrlos holen weiß ich nicht habe ich in einem meister schütze erst mal schalten werde wäre doch schon mal wieder kleiner anfangen ach der mann das noch einer da oben das sind zwei übereinander wenn ich richtig sehe weil ich aber nicht so noch einer damit gekriegt jetzt habe ich also stimmt ja noch die zweite dahinter warte mal ich gucke ob ich da was ausmachen kann vorne er ist noch da er ist noch da noch mehr darum da ist noch so typ okay jetzt haben wir hier noch jetzt mit hand in der deckung der ist tot ne ich glaube du hast da irgendwas erwischt ja ja du habe ich habe ihn gerade erwischt ja ja habe ich gesehen granatenklaus ist auch weg ja der ist jetzt wieder reingehüpft ich glaube ich habe ihn gerade erwischt und jetzt auch immer was großes ich habe ich habe oder das war richtig so eine gute idee ich habe jetzt gerade geholt mensch bleibt doch mal stehen geschäftsdrohne so so ich habe mal jemanden gehört so da komme ich mal zu dir gerade das ist deine Drohne ich suche nach Jay Scal Fox bat mich ihm zu helfen ist er in der Villa ich weiß nicht er hat oft in seinem Kellerbüro gearbeitet es gibt einen Einwand beim Tunnel geht es Dr. Fox gut und Harmony Sie sind sicher danke für die Hilfe das ist alles was ich weiß so gut weiteres Einsatz hier abgeschlossen jetzt müssen wir den Tunneleingang finden hier ist was für dich Kev äh bitte was was hin so ach du willst du den Spielplatz oder was äh 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 ich habe jetzt echt nach irgendwas gesucht dachte mir vielleicht hast du was gewonnen haha hey es war ein Kindheit war noch viel auf dem Spielplatz wobei ich ja eigentlich auf dem Fußballplatz zu finden war abgezählt davon so ich will auch mal öffnen ich will auch öffnen ey da neue Schuhe nimm mal mit so also du bist schon da rein ok der Frühstück nimm ab Pfff Pfff weiteres Wunschstück Irgendwas sieht uns jetzt gesehen aus dem ja gut wenn das ne was ich wurde gesehen das ist es halt ich weiß ich woher na hier guck doch mal da was da draußen liegt ach so ach so ich überlege jetzt nur grad wo wir hier weiter kommen ah naja die Tür dahinten ist ja zu also müssen wir wahrscheinlich irgendwas finden um die zu öffnen oder wir gehen einfach hier hoch warte mal wo bist du? ah da hoch bist du ja gut irgendwas drohliches oder? stimmt da oben danke das war wichtig gab die Tür oben da oben ist aber noch einer die noch die noch Tod, der eine, links. Danke. Und macht's sehr kalt. Tod. Großer Tod. Ja, verdammt. Ich muss mal hier runter. Ich bin jetzt jetzt out of order. Ich muss mal gucken, ob ich noch was finde. Hey, hör auf. So. So. So, was nachschlagen. Warte mal. So, warte mal. So. Du bist wahrscheinlich jetzt wieder nach Erdogan zurück, ne? Oder? Nee, nee. Ich steh noch vor dir. Okay. Ich hab dich jetzt ein bisschen erwischt. Ich bin ein bisschen angestrengt. Ich wollte eigentlich keine meine Heimat nehmen, aber gut. Ah, hier. Ich wollte jetzt an die Kiste. Jetzt hab ich's gefunden. Gut. So. Äh, Scal unterwegs müssen wir finden, auf jeden Fall. Finden sie das Fan-Bock-Testgebiet. Okay. So, bevor wir einsteigen, geh ich mal ganz schnell pinkeln. Ja, ja. Äh, äh. Wo kann ich irgendwas finden, um mal meine Verletzung ein bisschen zu... ...zu heilen? Hast du nichts? Nein, nicht mehr. Äh. Warte mal, hier sind wir schon mal ein paar Sachen, oder? Ist doch irgendwas noch? Musst du mal... Musst du mal gucken, ob du noch irgendwas aufsammeln kannst. Ich geh da weiter mal pinkeln. Ja. Ja, ja. So, wollen wir mal kurz mal ein bisschen Solo weiter. Geht aber gleich weiter zu zweit. Mit jetzt sicherlich werden die Folge hier. Würde ich sagen. Ich müsste irgendwie mal... wohl mal kurz hinlegen... ...echt was finden. Ach, wie. Ach, wie. Ach. Ach. Ach, ja. Ach. 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 Ach, ach. 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 Fresse, du irritierst mich gerade. Ja, hier geht's raus. Oder? Ja. Aber die Frage ist, warte mal. Ich muss nämlich irgendwas finden gerade, um mich ein bisschen zu saven. Jetzt tun wir mal zumindest ein bisschen meine... Warte mal. Ist ja nicht irgendwas noch in der Nähe? Da muss ich wieder rein, oder nicht? Warte mal, ich müsse doch da irgendwas finden. Es wäre total toll, wenn ich mal irgendwas finden würde. Es wäre doch total toll. Wäre zu gelacht, wenn ich zu finden wäre. So, warte mal. Es liegt doch bestimmt noch irgendwas oben. Weiter geht's. Hast du was gefunden? Nee, eben nicht. Weil ich weiß, ja, gerade nicht. Ich bin aber auch gefühlt, keine Kisten, wo ich mal irgendwie sagen kann, ich kann mal was finden. Was haben wir hier noch? Besuchen wir mal. Besuchen wir mal. Ah, okay. Was wichtig ist. Welche Waffenzeugs. Hier ist eine Kiste. Vielleicht haben wir aber das Glück. Aber ich finde, ich finde, es liegt irgendwie mal, ob ich zu... Kann ich mich in Erebon nicht irgendwie heilen oder so? Irgendwas kaufen? Auffüllen? Bestimmt. Dann einfach mal da rüber. Wäre doch sinnvoll. Hör mal. Wo ist denn das Ding? Ah, wo ist denn Erebon? Genau, da. Ich schüpfe auch rüber zu. Ich hoffe, dass ich vielleicht ein bisschen Glück habe, weil ich noch ein bisschen Ausrüstung finde. Oder zumindest mal was kaufen kann und auffüllen kann, ob ich bin Händler oder was auch immer. Wow. So, damit wir mit der nächsten Mission weitermachen bräuchte ich zumindest ein bisschen Zeugs. So, damit wir mit der nächsten Mission weitermachen bräuchte ich zumindest.